hallo und herzlich willkommen hier zurück bei minecraft explorer und hier ist unser gamer alex hallo alex einen wunderschönen guten tag ja guck's dir an dein machtwerk guck's dir genau an ja das wird nämlich ja bald umziehen alles nein das ist doch so schön aufgebaut komm mal mit junger mann komm mal mit du ich zeig dir was ich gestern noch gebaut habe nach der aufnahme guck mal siehst du das da kommt kannst du da hoch um ganzen du nicht fliegen ach fliegen kann jeder auf mich du nicht kommt mal hier hoch hatte mein pc hängt komisch fliegen hat sich wieder das doch so dass wir dein neues me zu hause hier also machen wir das für hilfe mach mal ein cheating da aus moment mein pc ist heute etwas langsam so wie du gar nicht wahr so dass wir dein neues zu hause hier für das me system ob der platz reich da vorsicht spinne voll spinne so und da unten kommt ein me kern hin ja 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 vorsicht da sind loch ja die bauaufsicht nicht bemängelt ach da ja da kann man runterfallen guck so habe ich gar nicht sehen naja hier so in der mitte so rein ja müsste reichen na ja da ist 7 x 7 x 7 max größe 7 x 7 x 7 was gibt das kopf rechnen kopf rechnen nicht google fragen kopf rechnen 7 x 7 x 7 was gibt das kopf rechnen 7 x 7 x 7 hopp hopp sag 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 7 x 7 7 x 7 ist 49 49 x 7 irgendwas um die 300 so ok gut wir machen hier weiter alex was treibst du erwarten dass mein spiel wieder geladen ist keine rückwärts und hier müssen wir noch einen aufzug rein machen da ist ja gar keine war keine möglichkeit gerade hier hoch zu kommen ich habe immer eine möglichkeit ja im kreativ mutter sei dann müsste man hier vielleicht noch eine leider rein machen dass man hier hoch kommt ja irgendwie das wurde du bist ja eh hier die meiste zeit ich bin ja mehr da unten nicht mal lange ey alex ich glaub du hast nen vogel warum bei dir piepst ständig und zwitscher warte die meiste ich würde sagen wir legen los hier machen hier weiterhin den innenausbau werden jetzt hier als nächstes den boden reinlegen und dann müssen wir dann auch mal hier die ist schon wieder sonnenfinsternis guckt euch mal dat ja an ja so wieder da baby wir haben sonnenfinsternis alex vorsicht gell och man jetzt gucken wir mal ich habe hier nämlich schon ein bisschen was in auftrag gegeben ja im brauchstern wollte ich bauen aber das lassen wir jetzt mal eigentlich alex sollte ich in netta gehen magst du mitkommen ich mag mein pc nicht überfordern hatte wo bist du komm mal her ich habe was feines für dich wo bist du ich bin gerade noch hier oben was hast du schönes für mich ich brauche hinter hinsetzen ich brauche eine netta warze also eine warte weiß sowas wie du hier am kopf hast sollte nicht lieber sollte dich mit den pilzen spielen die sind geil alter das voll die dröhnung also weißt du was ich gehe meinen netter ich habe bisher keine lust da boden zu machen er machte schwarz jetpack ist ja voll ich möchte nur ein paar netter warzen sind nicht vielleicht erschlag ich noch ein gast oder sowas ist ja voll mal einen kurzen ausflug in netter mal gucken vielleicht finden netter fest und war doch da in der nähe oder nicht wir waren ich bin mir jetzt aber da auch nicht mehr ganz richtig geliebte fest und mir cool dann brauche ich nur eine warze ich habe heute wieder ganz besondere musikauswahl hier im angebot keine rückmeldung auch machen alter was du machen mit der arbeit spendet pc aber entspricht ist bei 96 prozentiger auslastung ich brauche netter warzen wenn man wohl hier hoffentlich welche finden lauf kleines mädchen lauf keine da geht abwärts ich glaube ich muss das ist eine mini festung hier alter jetzt alles nur kino warzen ich habe mal hier auf der grünfläche eine blume gepflanzt machst du die kaputt mache ich dich kaputt die ist teuer blübchen pflöcken okay mit botanien mache ich dann gleich weitest mal aber jetzt habe ich nämlich eine möglichkeit gefunden hier zu brennen hör auf zu brennen das kann jeder rohen und feuerzeug was haben wir hier drin ich habe hier in evokas fangen keine ahnung und in sporma seeker das gut eine goldene pferde rüstung nimm ich doch alles mit oder ja mal advanced maschinen farm ich nehme alles mit dir ich nehme alles mit und eine biene haben auch noch so ich bräuchte mal was zu essen skelettschädel habe ich hier das meine dessen nee warum warzen ich habe mich doch nie so über warzen gefreut ich wollte gerade sagen jeder mensch mag die warzen los haben er sucht förmlich danach ich habe warzen gefunden was haben wir da was haben wir nicht da cool wir haben gar nichts da jetzt muss ich wusste einen heimweg wieder finden ich habe klassische musik auf dem kopfhörer das ist doch mal entspannen da kann ich jeden tag bum 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 sein ich bin mal gespannt was die gema dazu sagt das haben wir von welchem spiel ist denn das ich habe ja eigentlich ausspielen die musik weiß ich nicht was du gerade für die musik hast und es ist so wie der sonnenuntergang also welche blume soll ich pflücken ich gehe mal schlafen alter was ist das für was war das für ein lied ist vorbei oh jetzt kommt fallout 4 kennst du das ne sagt mir jetzt gerade mal nix fallout 4 ich würde sagen die werde ich unten in der küche werde ich da ein kleines plätzchen schaffen wo ich die an pflanze ja mach das dazu brauchen wir seelensand seelensand ist aber auch gar nicht so viel da du seelensand irgendwo noch mal ein eloi smelter wir hatten doch irgendwo noch mal ein guck mal guck mal im safe rum im regal da könnte vielleicht einer rumstehen hast du ihn gefunden ja ach und da hat er auch den farmer hin okay ja jetzt hast du den aus Versehen aufgenommen echt jetzt ja du hast die painting machine genommen nur zur information bitteschön doch jetzt habe ich es wieder nein irgendwo hatten wir einen eloi smelter aber frag mich nicht wo der versteckt ist wird das der mal einen unten bei dir im keller kann es sein dass der vielleicht noch unten ist ich gehe mal gucken ja so ein hammer haben wir ich muss da mal einen hover abschalten und dann würde ich sagen liebe leute machen wir uns mal einen kurzen raum was ja darum muss nicht gerade groß sein einfach ein raum wo wir die nässer warzen anbauen weil die nässer warzen die haben es schön haben es gerne dunkel und munkel oder so und vielleicht kann man das irgendwie automatisieren bitte links die warzen weißt du das geht es ja ganz normal mitten ja ernt oder sowas müsste das gehen bin ich am überlegen ob ich das nicht mache aber jetzt baue ich das erste mal so an meist so oft brauchen wir es ja auch nicht also nein hier unten ist auch keine erleichtung dann weiß ich auch nicht wo der hin ist so wie viel haben wir denn jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ich mache es nicht groß ehrlich ich schwöre ich schwöre nur noch zwei so weiter ich muss ja auch noch die wand mit einrechnen so dann haben wir hier 12 nam 11 11 müssen wir hier eigentlich die fackel mal weg machen 1 2 3 4 5 hier auch 1 2 3 4 5 und habe ihn gefunden und wo war aber hier oben da wo unser me system das erste mal stand okay 13 haben wir ja wieso habe ich da jetzt 13 ja gut noch mal 13 auf 11 was soll's mein hammer hat ganz schön gelevelt bei dem raumausheben kann ich mir vorstellen alter ich bin jetzt da bei 86 8589 von 36.000 level adept ok müsste müsste ich ja dann eigentlich bald nochmal modifier drauf machen können du musst du mal gucken da muss man drüber vorne und schiff drücken dann siehst du es ja ich muss ihn reparieren und er steht natürlich oben in der baustelle ach du scheiße naja fliegen wir mal dahin und reparieren da mal kurz ja ich habe heute gerade nicht gerade die lust da hier was zu machen dann machen wir vielleicht in der nächsten folge bauen wir hier weiter und das ist im system ordentlich aufgeräumt ist aber ich bin ich möchte ich möchte jetzt eigentlich meine änderrüstung da kompletieren langsam aber sicher und dazu brauche ich nässer warzen und gas drehen du kümmern eigentlich in gas gas sport noch bauen was hältst du von der idee ich glaube das ist immer so schwer ich glaube das ist immer so schwer bei infinity habe ich ganz viele gebraucht weil ich da diese magnum torch gebaut habe ok ich bin 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 ich was ist das marmorziegel marmorziegel mache ich hier nicht rein hier wird alles mit dark bricks gemacht dafür die ich muss hier haben lassen sonst kommen die monstern außerdem müssen wir ja hier noch eins tiefer gehen für den boden ach ja alex alex du in deinem pc ja es ist dunkel bei mir ist es dunkel bei mir ist eigentlich immer dunkel darum möchte ich ja ich möchte jetzt in dran braun ja im drang der nachtsicht alex den baue ich mir in meinen helm ein und dann habe ich es nachts immer hell das ist doch sehr schön soll ich das für dich auch machen wenn du magst so dark stone nehmen wir machen das so hier kommen die dac dags und pitches pitches hier so das werden absolut dunkle raum hier alex der wird richtig böse dunkel er leuchtet die die den nässer warzen brauchen ja gar kein licht gell ich glaube nicht und und dark stone so schauen wir mal jetzt müsste es dann eigentlich gehen muss gleich mal gucken was der da wieder einstellt hier dark stone bridges dark stone bridges dark stone bridges nehmen wir mit schiss kunde etwas hatte nehmen wir nicht mit kunde etwas seit painted dog dark stone nur noch ein bisschen normales dark stone nehmen wir mit die mama ziegel kommt ins system und wir bauen uns gleich noch eine türe warten wir bauen uns noch eine türe hat alles eigentlich soll die diese salontüren ausprobieren weißt du was wir probieren das einfach mal aus und gucken wie das was machst du da klappt es jetzt hier oder ne ne nichts so wirklich ne klappt nicht ne 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 So, einmal. Yeah. Ist das cool. Alex, das müsst ihr dir angucken. Ja, das ist so cool. Ich habe da... Entschuldigung. Ich habe da Salontüren reingebaut. Wo? Unten in der Küche. Ich bin auf dem Weg. Das ist so cool, ey. Wo in der Küche? Ja, hinten. Ach, da. Ja. Wir laufen mal durch. Warte mal auf. Warte mal. Bleib mal draußen. Warte mal. Warte mal auf. Bing. Die schwingen voll mit. Ist cool, wa? Ja. Hum. Hahaha. Das ist eine geile Mod, Marlies Türen. Gefällt mir. Oh, Hilfe. Hilfe. Was denn? Was denn? Aua. Wo? Monster, draußen. Viele. Ich schlafe. Schlafen. Ja, ich schlafe. Ich habe hier einen Schlafsack dabei. Ich bin sehr froh. Ich kann auch nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ich habe ja zum Glück einen Schlafsack dabei, Emma. Oh, Kripa. Ja, jetzt gucken wir mal, wie fertig wir es damit sind. So geht es mir die ganze Zeit. Es steht 40 zu 27. Ich nehme noch Wetten an. Wer wird gewinnen? Alex oder die Monster? Wer wird gewinnen? Ich könnte dir helfen, ja? Spinni. Haua. Hopp, soll erst mal wieder Beine brechen. Die Spinne hätte es da auch in Ruhe lassen können. Nein. Die ist echt getan. Ich mag keine Spinnen. Da habe ich jemanden. Da habe ich noch ein Brot. Erstmal mal noch ein Brot hier. Meine Kuh Daisy. Weißt du, die Kuh hier ist schon benannt, oder was? Die heißt so. Deine Kuh? Ach so, die Kuh? Nein, ich meine die Blume, die heißt so. Und die darf ich nicht abpflücken, oder was? Nein. Meine Finger weg. Dann nicht. Ich gehe mal wieder runter. Ach, du. Kannst du sich gerade gucken? Alex. Wir müssen uns schon wieder verabschieden, doch. Ach, nö, schon? Ja. Wo ist denn jetzt hier? Jetzt gucken wir uns hier die Blume an und sagen, lebe wohl. Nein. Ich gucke gar nichts, weil ich habe gerade wieder keine Rückmeldung. Lebe wohl sagen wir nicht. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge geht es weiter hier bei Minecraft Explorer. Dann werde ich da unten den Raum fertig haben oder vielleicht fertig machen. Und dann geht es da oben im E-System weiter. Und der Alex, der wird hoffentlich dann... Er kann sich ja jetzt nicht wehren, ne? Wird dann hoffentlich mal was mit seinem PC gemacht haben, damit wir hier ordentlich arbeiten können. Ich breche mir hier ständig die Füße, ey. Also, meine Freunde, ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.